Bugdo der Sahnige. Die Geschichte des letzten Monarchen von Spanewede. Episode 6 – Das Glück dieser Erde. Oder Ihr Paket konnte leider nicht zugestellt werden. Die Fine Pine war im Grunde so weit, dass sie hätte vom Stapel laufen können. Aus ökologischen wie ökonomischen Gründen hatten wir uns gegen einen maschinellen Antrieb entschieden. Da das Frühjahr nahte und sich ein zeitiger Sommer ankündigte, erachtete ich es als hinnehmbar, dass sich meine Untertanen unbedeckt zur Ruhe begaben und ließ alles Bettzeug zu einem gewaltigen Segel vernähen. Ursprünglich sollte das Schiff zusätzlich von Ruderern angetrieben werden, aber das Anbringen von Löchern an den Flanken, um die Riemen hindurchzuschieben, hätte die Statik über den Haufen geworfen. Dennoch ließ sich einige Ruder an Bord verstauen, die im Notfall über die Relingen hinweg genutzt werden konnten. Natürlich machte uns das vom Wind abhängig, der unablässig aus Norden blies. Was uns jedoch noch nicht in Unruhe versetzte, lag der Zeitpunkt der geplanten Abreise doch noch einige Tage in der Zukunft. Ich hatte unsere Route so berechnet, dass wir unmittelbar zu Beginn der Feierlichkeiten in London eintreffen, wenn die Stadt mit jubelfreudigem Publikum überfüllt wäre, um einen möglichst großen Eindruck zu hinterlassen, den wir mit unserem Beitrag zum Showprogramm noch zu steigern gedachten. Uns darauf vorzubereiten, blieb uns also noch genügend Zeit, auch um uns um ein weiteres kleines Versäumnis zu kümmern. Mir fiel brennend heiß ein, dass wir keine Flagge, unter der wir zu fahren gedachten, unser Eigen nannten. Zum Glück waren noch einige Bettbezüge übrig, von denen ich ein gelbes als Grundlage nutzte, um darauf aus dem Garn eines braunen Lakens einen hübschen Kiefernzapfen zu sticken. So ergab unsere Erscheinung ein stimmiges Gesamtbild und ganz nebenbei hatte ich eine Corporate Identity oder Kingdom Identity erschaffen. Nun ging es also daran, unseren Auftritt zu choreografieren. Während der Nacht, in der ich unser Banner stickte, summte ich unentwegt eine liebliche Melodie vor mich hin, die Kevin simultan in Noten transkribierte. Im Anschluss füllte ich die Töne mit Worten an, bis sich daraus eine epische Hymne ergab, die ich nach Art des Marinechors der Schwarzmeerflotte zu inszenieren gedachte. Der Lastenverteilung wegen hatte ich, wie bereits erwähnt, nur die hochgewichtigsten Männer als Besatzung ausgewählt, deren dröhnenden Bässe das Fundament bilden sollte, über dem mein Heldentenor wie auf einer Welle aus Blei tanzen würde. Zugegebenermaßen haderte ich bis zum Schluss mit unreinen Reimen und stolpernder Metrik. Jedoch blieb mir ja noch die lange Überfahrt, der Komposition den letzten Schliff zu verpassen. Einen Tag vor Abreise wurde ich doch ein bisschen nervös. Der Wetterbericht kündigte uns günstige Winde an und die Vorratsfässer waren mit vorgekochter Gemüsesippe, auf das wir mit vollständigen Gebissen ankommen mögen, mit Rum verfeinert, zur Haltbarmachung und um die Moral an Bord aufrecht zu erhalten, gefüllt, die Streitigkeiten über die Sitzplatzverteilung beigelegt, aber mein edeles Ross ließ weiter auf sich warten. Wir gedachten, gegen Mittag auszulaufen und am Morgen jenes Tages fand ich in meinem Briefkasten eine Benachrichtigung, die mich darüber in Kenntnis setzte, ich sei nicht anzutreffen gewesen, und die mir zugedachte Sendung daher dem zuständigen Postamt überstellt worden. Viele der bisherigen Standorte existierten bereits nicht mehr, hatte sich das gesellschaftliche Leben doch größtenteils auf neuer Schwanstein, und die es umschließende Schlossstadt verlagert. Im Hinterzimmer einer fast vergessenen Bäckerei wurden wir schließlich fündig. Dort stand inmitten von Mehlsäcken und Körben voll altbackener Brötchen eine an mich adressierte Kiste von den Ausmaßen einer kleinen Garage. Mir unverständlich, wie diese durch die Tür befördert werden konnte, denn es gelang uns nicht, sie auf demselben Weg wieder hinaus zu bekommen. Uns blieb also nichts anderes übrig, als eine der Wände einzureißen. Dies gelang uns schließlich, auch wenn meine Männer einige Blessuren an Kopf und Gliedern davontrugen und ich vom vielen Schreien heiser war, doch da standen wir nun vor der Bäckerei und dem nächsten Problem. Es fiel mir schwer zu glauben, dass meine Recken, so stattlich sie auch waren, es vermocht hätten, mich und die Kiste zu befördern, zumal ich unter einer gewissen Höhenangst leide und die Reise auf dem Behältnis nur ungern angetreten hätte. Not macht erfinderisch. Und so ist es meinem messerscharfen Verstand zu verdanken, dass ich mich darauf besann, was ich in der Kiste befinden sollte und dass dieser Inhalt durchaus in der Lage wäre, sich selber fortzubewegen, eventuell auch durch die Tür zu gelangen, aber was geschehen war, war geschehen. Bestätigung fand ich in dem außen angebrachten Lieferschein. 1,000 Stück Reittier. Rasse? Blumentopferde. Geschlecht? Männlich. So beschloss ich, den Verschlag an Ort und Stelle öffnen zu lassen. 1,000 Stück Reittier. Die Wegzehrung hatte der Gaul inzwischen in unappetitlich duftende Klumpen verwandelt und die an der Innenseite der Kiste angeheftete Abstammungsurkunde wies Spuren von Verbiss auf. Zumindest war noch zu erkennen, dass das Tier auf den Namen Horst hörte, was es wohl auch täte, wäre es nicht, wie sich bald herausstellen sollte, taub wie ein Stock gewesen. Zwar hätte ich mich grämen und Horst postwendend an den Absender zurückschicken können, doch hatte ich hierfür weder die Zeit, noch ließ mein Ehrgeiz es zu, dass ich diese Herausforderung nicht annahm. Es stand außer Frage, das Pferd Rittlings zu besteigen, also musste ich mir etwas anderes ausdenken. Die Dienerschaft ließ sich vorlaufen und konnte, nachdem sie sich außer Hörweite wähnten, ein ungezügeltes Gelächter vernehmen, was ich großmütig zu ignorieren beschloss und stattdessen die Bäckerei nach geeigneten Materialien durchforstete, um meinen eilig erdachten Plan in die Tat umzusetzen. Die Lakritze einfach seinem Blickfeld entziehen, wagte ich ebenso wenig, war doch zu befürchten, dadurch einen Sturz seinerseits und somit unseres ganzen Gespanns zu riskieren. Während ich noch angestrengt nachdachte, hatten wir bereits den Hafen erreicht und waren ungebremst über den Steg, an dem die Feinpein zur Beladung festgemacht war, hinaus in die Weser gestürzt, wo Horst wie ein Stein in den Fluten versank und das Fuhrwerk mit sich riss. In einem blitzartigen Überlebensreflex durchbiss ich den Schlauch, der mich an das bedauernswerte Tier band und schwamm mit kräftigen Zügen ans Ufer zurück. Von dort aus betrachtete ich bestürzt und klatschnass, umringt von meinen Bediensteten, die in ihren Bewegungen eingefroren dastanden, wie an der Stelle, wo Horst versunken war, letzte Luftblasen aufstiegen und schon kurz darauf kein Anzeichen mehr erkennen ließ, welche Tragödie sich dort nur wenige Momente zuvor ereignet hatte. Nach einem kurzen Augenblick der Schockstarre besann ich mich meiner Ideale und verfluchte mich insgeheim selbst, dass ich so schnell aufzugeben gedachte. Ohne weiter nachzudenken, entledigte ich mich meiner nassen Gewänder und schickte mich an, meinem edlen Ross zu Hilfe zu eilen. Kaum dass ich zum Sprung ansetzte, bemerkte ich Turbulenzen im jenseitigen Ufergewässer und schon tauchte aus den Wellen eine mir nur allzu bekannte graue Mähne auf. Dieses wahnsinnige Tier hatte tatsächlich den Fluss in seiner ganzen Breite durchquert und kam nun langsam auf dem Strand zum Stehen. Suchend bewegte sich die Schnauze umher. Schließlich drehte sich Horst in einer einzigen schnellen Bewegung um 180 Grad und preschte zielgenau in meine Richtung erneut aufs Wasser zu. Erst jetzt fiel mir auf, dass sich immer noch die Angel mit der Lakritzschnecke in Händen hielt. Bevor ich mich versah, kam Horst bereits wie ein Torpedo mit weit aufgerissenem Maul aus dem Fluss geschossen. Ich nahm alles wie in Zeitlupe wahr. Wie Horst die Lakritze ansaugte, sich die Schnur zwischen seinen Schneidezähnen verklemmte und soweit spannte, bis sie mit einem lauten Zirpen zerriss, Horst verzückt die Augen verdrehte und kopfüber in den Sand stürzte. Nach mehreren Purzelbäumen kam er schließlich halb vergraben in einer Düne zum Stillstand. Aus der Grube, die er sich so selber geschaffen hatte, war erst noch Schmatzen, dann nur noch Schnarchen zu vernehmen. Ich ließ Horst behutsam ausbuddeln und ins Bett bringen. Das arme Tier hatte sich vollkommen verausgabt und wäre vermutlich nicht mal aufgewacht, wenn seinem Jack vom Himmel geregnet wäre. Dennoch verstopfte ich vorsorglich seine Nüster mit Korken, um ganz sicher zu gehen. Die jüngsten Ereignisse hatten mir gezeigt, dass unser Proviant unbedingt und zwar hurtig aufgestockt werden musste. Die Lakritzvorräte, die sich in den Ladengeschäften finden ließen, waren für die lange Reise bei weitem nicht ausreichend. So ließ sich die Kunde verbreiten, alle Kinder dürften, was sie an Lakritze in ihren Taschen, Schubladen und Geheimverstecken finden mögen, gegen die doppelte Menge an Brausepulver, weißen Mäusen oder Gummitieren eintauschen. So hatte ich im Handumdrehen eine beachtliche Menge zusammen, war mir doch bewusst, dass fast alle Kinder in ihren bunten Tüten die schwarzen Stücke unangetastet ließen, es aber dennoch nicht übers Herz brachten, sie fortzuwerfen. Wir waren nun bereit, unsere Reise anzutreten. Welche Abenteuer wir dabei zu bestehen hatten, davon werde ich euch in der nächsten Episode berichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017